Kommt hier zuerst und dann geht man auf den Kiez. Das ist der Mittelpunkt von der Schanze, das Herz von der Schanze. Schulterumlauf. Wenn ich hier bin, dann rauche ich auch schon ein Tein. Ist halt alles viel schöner. Ich bin nicht bereit, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht schauen, in eine Mürre. Was ich expecten, zu werden?